Es ist ein kalter Wintermorgen in Iowa, wo die meisten Republikaner Donald Trump für den einzig richtigen halten. Aber Kelly Nüvenhaus sieht das anders. Er will bei den Vorwahlen am Montag ein Signal setzen, das ihn Freundschaften kosten könnte. Zweimal hat der 64-jährige Farmer Trump gewählt, jetzt reicht's ihm. Es ist Zeit, voranzugehen. Das Chaos, das in den letzten Jahren angerichtet wurde, ist einer der wichtigsten Gründe, dass ich zu Nikki Haley tendiere. Wirtschaftlich läuft es gut für ihn. Die Ernte, Soja und Mais bringt jedes Jahr gutes Geld. Kelly will nicht, dass Amerika aus den Fugen gerät durch Wut und Hass zwischen politischen Lagern und auch innerhalb seiner Partei. Es war ein jahrelanger Zirkus. Ich will einfach nur eine Präsidentin, die in die Welt reisen kann und in den Gesprächen dann entschlossen und stark ist, sodass die Vereinigten Staaten als mächtige Nation gesehen werden. Das geht auch, ohne gemein zu sein. Selbst im härtesten Wahlkampf, so sieht es Kelly, blieb Nikki Haley immer sachlich. Als ehemalige Gouverneurin von South Carolina, danach US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, hat sie innen- und außenpolitische Erfahrung. Letztere fehlt Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida. Am liebsten würden er und Haley die Wähler mit ihren politischen Ideen überzeugen, aber ein Thema, ein Name, überschattet einfach alles. Wir müssen Präsident Trump hinter uns lassen und sehen, wie wir Amerika stärken. Die Wahl sollte sich nicht um Trump und die Vergangenheit drehen, sondern um Joe Bidens Versagen. Solche Worte verwehen in Iowa, wo die meisten Republikaner Donald Trump für den einzigen Heilsbringer halten. In den Umfragen liegt er 30 Prozent vor DeSantis und Haley, obwohl oder gerade weil er bei seinen Auftritten seine Mitbewerber beschimpft, Gegner zu Feinden des Volkes erklärt und hier in Sioux City mit der absoluten Macht kokettiert. Ich werde ein Diktator sein, für einen Tag, um das Ölbohren zu erlauben und die Grenze zu schließen. Danach werde ich kein Diktator sein. Eigentlich ging die individuelle Freiheit gerade Republikanern immer über alles. Nun glauben sie ihm, wenn er den Untergang Amerikas beschwört und sich zu ihrer Rettung ermächtigen will. Er wird das Land wieder zu dem machen, was es mal war. Es ist in einem schrecklichen Zustand. Alle übervorteilen uns. Das Land ist im Chaos. Wir brauchen jemanden, der stark ist. Der Ruf nach dem starken Mann lässt Beobachter in beiden Parteien schaudern. Cornel Belcher, ehemaliger Berater von Präsident Obama, hält Trumps Worte nicht für leere Drohungen. Er redet davon, politische Gegner festzunehmen und in Lager zu stecken. Er will sich auf ein Notstandsgesetz berufen und dann Soldaten überall im Land in Großstädte schicken. Das hört sich für mich wirklich nach Diktatur an. Trump ist nicht nur eine große Gefahr. Er wäre sogar tödlich für die Demokratie, wenn er gewinnt. Es ist möglich, dass es wieder nur vier Jahre voller Regierungsunfähigkeit würden. Aber ein Präsident der Vereinigten Staaten hat eine große Macht. Nicht nur hier, sondern auch international. Deshalb steht hier die Demokratie auf dem Spiel. Adam Kinzinger hatte für Trumps Amtsenthebung gestimmt, gilt als Verräter, weil er nun Joe Biden unterstützt und vor der Radikalisierung seiner eigenen, der Republikanischen Partei, warnt. Rechtskonservative aus Politik- und Denkfabriken haben unter dem Titel Mandat zur Führung auch schon die Blaupause für eine autoritäre Präsidentschaft aufgeschrieben. Fast 1000 Seiten mit Plänen für die verschiedenen Politikbereiche. Triebfeder ist die Heritage-Stiftung. Die rechte Denkfabrik rekrutiert Trump-Anhänger, um 50.000 Regierungsmitarbeiter zu ersetzen. Im Gesinnungstest wird gefragt, ob der Präsident seine Agenda durchsetzen können sollte, ohne dass ihn nicht gewählte Beamte daran hindern. Donald Trump wird, wenn er gewinnt, in diese Amtszeit viel klüger hineingehen als beim letzten Mal. Er wird Leute um sich herum platzieren, die ihm sagen, Herr Präsident, ich stelle Sie über die Verfassung. Es wird Trump nicht schwerfallen, solche Leute zu finden. Wir haben einen Karikaturisten gebeten, die Ausgangslage im Wahljahr zu verdeutlichen. Trotz aller Widrigkeiten spricht demnach einiges auch weiterhin für eine Wiederwahl Joe Bidens. Vor allem ist er eben nicht Donald Trump, schmiedet Allianzen weltweit und wirtschaftlich läuft es auch ziemlich gut. Das Wachstum liegt bei fast 5 Prozent, der Konsum läuft wie lange nicht. Die Durchschnittslöhne liegen höher als vor der Corona-Pandemie, überall neue Jobs, die Arbeitslosigkeit mit 3,8 Prozent auf historischen Tiefständen. Amerikas Wirtschaft ist stark, aber der Präsident wirkt schwach, zumindest körperlich. Deshalb wünschen sich mehr als 70 Prozent der Amerikaner, dass der 81-Jährige an Jüngere übergibt. Warum sollte er? Amerika hat die stärkste Wirtschaft in der Welt. Unsere Verbündeten vertrauen uns und wir führen die Welt als Bollwerk der Demokratie. Warum, um Himmels Willen, sollte jemand mit dieser Bilanz, mit dieser Stufe von Erfahrung und Führungskraft die Bühne verlassen, wenn er doch so viel Gutes erreicht hat und noch so viel tun kann? Aber nicht nur sein Alter, sondern auch andere Themen ziehen Biden derzeit runter. Zum Beispiel der Krieg in Gaza. Die uneingeschränkte Solidarität für Israel empört muslimische und arabischstämmige Wähler in den USA. Ich bete, dass das in Gaza nicht so weitergeht. Wenn doch, dann wird das dem Präsidenten bei der Wahl nicht helfen. Seine unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine finden viele zwar weiter gut, aber für neue Waffenhilfen fordern die Republikaner einen Preis. Biden soll den Trump geben, die Grenzen dicht machen, das Grundrecht auf Asyl drastisch einschränken. Im Dezember kamen eine Viertelmillion Menschen. Neuer Rekord. Bei der Zuwanderung muss Joe Biden mehr tun. Wir können ein sehr mitfühlendes Land sein, das waren wir immer schon. Aber wir haben ein echtes Problem an unserer Grenze und er muss beweisen, dass er das ernst nimmt. Das fordern auch zwei Drittel aller Wähler. Republikanische Gouverneure lassen Zehntausende von Zuwanderern in demokratisch regierte Städte transportieren. Bürgermeister und Gouverneure von der Demokratischen Partei rufen den Notstand aus, machen Druck auf Biden. Und einer nutzt all das aus, um Ängste zu schüren mit menschenverachtenden Lügen. Wenn sie 15 bis 16 Millionen Menschen hereinlassen, dann vergiften sie das Blut unseres Landes. Solche Sätze helfen Biden. Er kann Donald Trump als Bedrohung darstellen für Amerikas Demokratie, für Bürger und Menschenrechte. Er nennt seine Gegner Ungeziefer. Behauptet, das Blut Amerikas werde vergiftet. Das ist exakt die gleiche Wortwahl wie in Nazi-Deutschland. Was genau sind die Absichten jenes Mannes? Seine Pläne für Amerika, wenn schon im Wahlkampf seine Sprache, der von Diktatoren gleicht. Unser Karikaturist hat eine konkrete Vorstellung davon. Dieser Herausforderung sieht sich der amtierende Präsident selbst gewachsen. Viele bezweifeln das. Wohl deshalb stellt Biden Donald Trump als größtmögliche Gefahr dar, damit die Angst dem Stimmen bringt. Aber diese Angst, so meinen die Experten, ist voll und ganz berechtigt. Das trifft es genau. Und ich werde Joe Biden unterstützen. Denn das Überleben unseres Regierungssystems ist viel wertvoller als jeder kleinliche Politstreit, den wir in den letzten 100 Jahren hatten und in den nächsten 100 Jahren haben werden. Dieser Hai bedroht die ganze Welt. Denn wenn die Demokratie in Amerika untergeht, wird das die ganze Welt spüren, mit ernsten Folgen rund um den Globus. Genau das will Kelly Nüvenhaus verhindern. Amerikaner sollten trotz aller politischen Differenzen zusammenarbeiten. Ich will in 2024 für eine Präsidentin stimmen, bei der ich stolz sagen kann, dass es meine Präsidentin ist. Jemand, der die Vereinigten Staaten wirklich gut repräsentiert. Bei der Vorwahl am Montag soll es hier minus 20 Grad kalt sein. Trotzdem will Kelly zur Wahl gehen, seine Stimme Nikki Haley geben, um neues Trump-Kaos zu verhindern.